Wo stehen wir heute, wo geht die Reise hin und was an Flächen können in den nächsten Jahren mit entwickelt werden? Ich will versuchen, jetzt in den nächsten Folien einige Aspekte noch mal deutlich zu machen, die dann auch hineinführen in die Themenforen, die nach meinem Vortrag beginnen werden. Das heißt, das, was ich tue, ist jedes einzelne Themenforum ansprechen, Rahmenbedingungen versuchen zu klären und dann einige Fragen zu stellen, mit denen ich sie dann nach rund 20 Minuten entlassen werde, um sich dann hier im Gebäude zu verteilen und in die Diskussion hineinzugehen. Einige Zahlen, die ich zu Beginn noch mal aufgeführt habe, es ist die eine Zahl, die genannt wurde, der Bedarf, der hier gegeben ist, was neue Einwohner betrifft, 180.000, lassen Sie es mehr oder weniger sein. 180.000 Menschen in den nächsten Jahren ist eine Zahl, die annähernd der Zahl einer größeren Stadt entspricht. Wenn man weiß, dass Österreichs zweitgrößte Stadt 220.000 Einwohner hat, nämlich Graz, dann baut man fast eine Stadt wie Graz neu in dieser Zeit und mit Fragen, auf die wir noch überhaupt keine Antworten geben können. Diese Zahl umgerechnet bedeutet, auch die Zahlen sind gerade erläutert worden, dass wir für rund 20.000, 20.000 Wohneinheiten bis zum Jahr 2021 bereitstellen müssen. Ich habe im Hintergrund eine Luftaufnahme im Bild gelegt, das zeigt die Seestadt Aspern. Ich komme nur noch aus Wien, also einige Bilder aus Wien, die mit hineinkommen. Die Seestadt Aspern ist das größte Stadtentwicklungsprojekt Europas. 20.000 Einwohner, 20.000 Arbeitsplätze, es entspricht ungefähr 9.000 Wohneinheiten. Das heißt, jährlich bauen Sie zweimal ein Projekt in der Größenordnung der Seestadt Aspern. Ein Projekt, das die Dimension wieder deutlich macht, was nicht heißt, dass es ein neuer Stadtteil ist, sondern diese Flächen werden Sie auf mehrere Standorte verteilen. Sie werden Sie auf mehrere Dinge auch verteilen im Bestand und im Neubau. Aber die Dimension ist eine gewaltige, auf die entsprechende Vorauskehrungen getroffen werden müssen. Die Frage, die sich stellt, ist, mit welchen Erwartungen bauen wir die Stadt weiter für so viele Menschen? Mit welchen Erwartungen, mit welchen Qualitäten bauen wir Stadt weiter, damit wir nicht nur Siedlungen bauen, nicht nur Wohnungen bauen, damit wir in der Lage sind, auch an eine Berliner Tradition anzuknüpfen, die Berliner Mischung, die nicht nur die Vergangenheit prägen soll, sondern auch die Zukunft dieser Stadt mitbestimmen soll. Also die Frage nach dem Wie ist eine ganz entscheidende Frage, auf die wir gute Antworten geben müssen. Zweiter Aspekt, wie lässt sich die Leistbarkeit dieses Neuen und der Stadt insgesamt sichern? Ich betone bewusst nicht nur die Leistbarkeit des Wohnens, sondern die Leistbarkeit der Stadt. Wir dürfen nicht Gefahr laufen, die Frage der Bezahlbarkeit nur an Mieten festzumachen. Wir müssen immer auch sehen, dass die Frage der Wohnkosten, auch so etwas wie Mobilitätskosten inkludiert, dass darin Kosten sind für Energie, dass wir Beiträge liefern müssen, auch diese Kosten mit nach unten zu legen. Das hat viel mit der Frage zu tun, wie wir bauen, mit welchem grundlegenden Verständnis wir Räume auch öffnen und Räume anbieten, die, ich habe es eingangs gesagt, für eine immer größere Zahl von Menschen bedeutend sein werden. Bezahlbaren Wohnraum ist nicht nur ein Randgruppenproblem, sondern entwickelt sich immer stärker in die Mitte der Gesellschaft mit hinein. Auch das, dem müssen wir uns bewusst sein und müssen entsprechende Antworten darauf geben. Und die dritte Frage, die ich vorweg geben möchte, in welcher Verantwortung stehen Politik und steht die Gesellschaft? Wir benötigen Flächen, das ist, glaube ich, sehr offensichtlich. Und der zweite Punkt, der ebenso offensichtlich ist, dass wir das leistbare Wohnen nicht nur dem privaten Immobilienmarkt überlassen dürfen. Denn dann haben wir verloren, wenn wir das tun. Die Kommune, die Stadt, die Stadt Berlin, der Staat muss in Zeiten wie diesen das Heft wieder in die Hand nehmen und muss sich aktiv um Fragen des leistbaren Wohnens kümmern, was auch bedeutet, wir brauchen ein Instrumentarium, was nicht Halt macht, auch an der Frage des Bodens. Wir brauchen ein Instrumentarium, was auch neu diskutiert, Bodenbevorratungspolitik, Bodenwert, Zuwachssteuer, sozial gerechte Bodennutzung, all das sind Aspekte, die nicht lösbar sind von den Themen des leistbaren Wohnens, die nicht eben den Privaten auch überlassen werden dürfen. Wie lässt sich Stadt zukunftsorientiert, zukunftsoffen und verantwortungsvoll weiterentwickeln? Das ist die eigentliche Frage, die uns heute treibt, an der viele andere Fragen letztlich gebunden sind. Ich will versuchen, Antworten zu geben auf das. Ein Kollege in Wien sprach mich mal vor einiger Zeit an, er hat den großen Auftrag bekommen, eine neue Stadt in Russland zu bauen für einen russischen Oligarchen. Und er kam zu mir und meinte, die sind doch Stadtplaner, Stadtentwicklung, gibt es nicht ein Buch, in dem drinsteht, wie man eine solche Stadt baut? Und da meinte ich, ja, es gäbe so ein Buch, das Buch hat den Titel, wie baut man eine Stadt? Da meinte der Kollege, genau das Buch habe ich gesucht, habe ihm das gezeigt und das Buch hat nur leere Seiten. Es hat nur Fragen, dieses Buch, Fragen, wie ich ihn gerade auch aufgerufen habe. Er war ziemlich irritiert und ist dann irgendwann gegangen, die Stadt ist bis heute nicht gebaut, was möglicherweise auch gut ist, dass sie nicht gebaut ist, diese Stadt. Aber ich habe dann nach Antworten gesucht und eine wunderbare Antwort auf diese Frage gibt Karl Kraus. Er sagt, ich verlange von der Stadt, in der ich leben soll, Asphalt, Straßenspülung, Hausdurchschlüssel, Luftheizung, Warmwasserleitung, gemütlich, bin ich selbst. Was Karl Kraus zum Ausdruck bringt, ist die Frage, welche Verantwortung trägt der Staat, welche Verantwortung trägt die Stadt für die Entwicklung des Wohnungsbaus und für die Entwicklung der Stadt. Und da geht es darum, man redet auch von der Hardware, die man bereitstellt, von Strukturen, die man schafft, von Angeboten, die man macht, in der sich Stadt entwickeln kann, in der sich Stadtgesellschaft entwickeln kann. Und das ist das, was ich eben unter Zukunftsoffen beschrieben habe, Strukturen zu entwickeln, die nicht festgelegt sind, die unveränderlich sind, sondern die uns Raum geben für künftige Veränderungen, eine großartige Aufgabe, die, glaube ich, vieles auch erfordert, damit wir uns darüber Gedanken machen können. Uli Hellweg hat im Rahmen eines Vortrages in Wien vor gar nicht allzu langer Zeit einen Satz geprägt, den ich kurz verlesen möchte, weil er vieles zum Ausdruck bringt an Dingen, über die wir diskutieren. Mit welchen städtebaulichen Modellen, mit welchen Planungsstrategien und mit welchen Umsetzungs- und Finanzierungsstrategien lassen sich nicht nur der Wohnungsbedarf befriedigen, sondern wie antworten wir heute auf neue Lebensstile, auf hybride Arbeitsformen, die zunehmende Digitalisierung der Lebenswelten und die Anforderungen, eine klimaneutrale Stadtentwicklung. Auch das macht deutlich, wir dürfen nicht Gefahr laufen, die Frage der Entwicklung der Stadt nur auf die Wohnungsfrage zu reduzieren. Wir bauen heute an der Stadt von morgen, in all ihrer Vielschichtigkeit, in all ihren Wechselwirkungen, in all ihrer Diversität, die notwendig ist, all das zu halten. Einen kleinen Exkurs, bevor das kommt, Mut zur Stadt, ich komme nachher darauf zu sprechen nochmal, ich springe die Folie kurz weiter, weil ich glaube, zu all dem braucht eine gehörige Portion Mut, aber dazu am Schluss kommt die Folie nochmal und es wird dann auch erklären, was ich mit dem Mut insgesamt in Verbindung bringe. Dieser kleine Exkurs ist ein Wiener Exkurs und dieser kleine Exkurs beginnt in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der rote Mann spricht. Es ist eines der schönsten Werbesugies, Werbeplakate, die ich kenne. Die Berliner hatten ein anderes, die glücklichen Bewohner der Britzer Siedlungen wählen selbstverständlich SPD, denen sie ihre prächtigen Heime verdanken. Da fliegt so ein Flugzeug über die Britzer Hufeisensiedlung und da fliegen diese Flugblätter runter. Die Wiener haben ein besseres Plakat gehabt. Der rote Mann spricht. Ach, bin weitergedrückt. Hier ist der rote Mann. Der rote Mann spricht. Das ist das Plakat. Ich habe hinten keine Augen. Das habe ich versprochen, das habe ich gehalten und das verspreche ich euch. Und der Berg der Häuser wird immer größer. Es ist die Geburtsstunde des roten Wiens. Es ist die Geburtsstunde dessen, was wir heute neu diskutieren müssen in vielen Städten. Staatliche Verantwortung zu übernehmen für den Wohnungsbau. Staatliche Verantwortung zu übernehmen für das leistbare Wohnen. Es ist das, was in den 20er Jahren begonnen wurde und was in Wien bis heute nicht preisgegeben wurde. Das mächtigste Ressort neben dem Sozialen ist das Wohnbau-Ressort in dieser Stadt. Und da ist eine Verantwortung mit verbunden. Und da ist eine Verantwortung mit verbunden, die bis heute letztlich bleibt und die vor allen Dingen wichtig ist vor dem Hintergrund dieser Zahlen, nämlich auch Wien wächst in der Größenordnung, die durchaus vergleichbar ist mit der, die wir hier in Berlin diskutieren. 236.000 Einwohner, das ist die Stadt Graz, die hier in dieser Zeit neu gebaut wird. Auch hier gibt es einen Entwicklungsplan in dieser Stadt, der lang und sehr intensiv diskutiert wurde. Auch hier sind Standorte dokumentiert, die nicht nur die neuen Baugebiete in den Randbereichen der Stadt mit entwickeln, sondern die auch in den Inneren der Stadt ehemalige Bahnflächen zum Gegenstand machen. Die Siedlungen der 50er Jahre, der 60er Jahre zum Gegenstand machen über Aufstockungen, weil hier am ehesten im Bestand die Fragen der Leistbarkeit des Wohnens beantwortbar sind. Also auch das sind Aspekte, die hier eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und ein Projekt ist sicherlich das, was ich eben ganz kurz genannt habe, die Seestadt Aspern. Ich traue mich fast gar nichts zu sagen, das ist der alte Flughafen, den Wien hat. Ich glaube, das Flughafen-Thema ist in Berlin ein ganz besonderes Thema. Der ehemalige Flughafen, 20.000 Einwohner, 20.000 Arbeitsplätze, ein Stadtteil, der entwickelt wird, der im ersten Bauabschnitt nur ausschließlich Projekte im geförrten Wohnungsbau umfasst. Der ausschließlich Projekte mit realisiert mit einer Miete von 7,50 Euro im Neubau. Der ausschließlich versucht, Stadt zu bauen, und zwar in einer dichten, in einem urbanen Verständnis, was auch bedeutet, ein großes Augenmerk auf die öffentlichen Räume zu legen, ein großes Augenmerk darauf zu errichten, dass nicht nur eine Schlafstadt entsteht, sondern dass gerade die Erdgeschosszonen, die Sockelzonen gewerbliche Nutzungen empfassen. Der schönste Buchladen, den Wien mittlerweile zu bieten hat, liegt im Neubauen der Seestadt Aspern. Projekte, die notwendig sind und die dahintersteht eine enorme Energie, denn solche Strukturen kommen nicht von alleine. Solche Strukturen müssen vorbereitet werden, die müssen finanziert werden. Das wird jetzt viel zu weit führen, in Einzelheiten reinzugehen, aber es sind unglaublich wichtige Aspekte und das hört nicht auf beim Bauen, das geht weiter in Mobilitätskonzepte mit hinein, dass man versucht, die Menschen möglichst früh auch darauf zu beziehen, dass man nicht das Auto benutzt, um zum Einkaufen zu fahren, sondern dass man sehr früh andere Mobilitätskonzepte entwickelt, die Seestadt-Card, dass wir mit Fahrrädern dort arbeiten, mit Carsharing-Projekten, all jene Dinge, die selbstverständlich sein müssten für Stadtentwicklung und Städtebau in der heutigen Zeit. Und der letzte Punkt, auch das ist, glaube ich, etwas, was wichtig ist. Ich habe mal im Aspern-Beirat, ich habe einige Jahre dort den Vorsitz gehabt, den Satz mitgeprägt, Stadt ist nicht, sie wird. Das heißt, diese Prozesse des Stadtwertens zu begleiten, mit Impulsen zu versehen, über Baugruppen, die mit einbezogen sind, Akzente zu setzen, Pioniere mit hineinzuholen, all das sind Dinge, die zusammengehen müssen mit der Bereitstellung von Flächen und mit Fragen eben auch der Leistbarkeit des Wohnens. Zu den Themenforen, wo ich jetzt zurückkommen möchte, nach dem kleinen Exkurs, der deutlich macht am Beispiel Wien, dass wir ein unglaublich ausgeprägtes Instrumentarium haben, das aktualisiert werden muss auf die neuen Anforderungen, das ständig diskutiert werden muss, auch in Wien ist es eben so, dass nicht alles rosig ist, was man meint, was rosig sein müsste. Auch da gibt es enorme Friktionen, enorme politische Debatten um künftige Ausrichtungen, enorme Verschiebungen auch, was die Wahlergebnisse betrifft, das ist fast europaweit mitgegeben. Trotzdem, man hält an diesem Instrument fest, was nicht eins zu eins auf Berlin übertragbar ist. Und genau da stehen wir auch. Die Frage ist nicht, wie kann das Wiener Modell kopiert werden, es wäre töricht, das zu versuchen, sondern wie kann Berlin einen eigenen Weg gehen. Wie können unter den heutigen Voraussetzungen, die man hier hat, wiederum auch der soziale Wohnungsbau zurückgewonnen werden als zentrales Handlungsfeld der Stadtentwicklung. Wir werden das in vier Themenforen diskutieren. Und das erste Themenforum befasst sich mit der Frage der Entwicklung inklusiver Stadtquartiere. Und anknüpfend an Frau Lomscher, die ganz zu Beginn sagte, die Berliner Mischung ist das, was wir unter, ich übertrage das jetzt, unter inklusiven Quartieren verstehen, sozial gemischt, funktional gemischt, wie bauen wir solche Standorte weiter, mit welchem selbstverständlich bauen wir sie weiter. Und auch da nochmal anknüpfend an einem Zitat von Uli Hellwig, der sagte, Wohnungen können nur so gut sein, wie ihre Quartiere. Fragen, die wir doch diskutieren in dieser Arbeitsgruppe. Welche Anforderungen werden an Wohnbauflächen, sowie an das Bauen und Wohnen für neue, für inklusive Quartiere, für eine neue Berliner Mischung gestellt? Welche Win-Win-Situation, welche Mehrwerte müssen für den Neubau von Quartieren entstehen, damit sie nicht nur auf sich bezogen sind, sondern vielleicht auch Beiträge leisten für die Umgebung, Beiträge leisten für eine Weiterentwicklung der Umgebung, gerade was Infrastrukturen betrifft, Bildungseinrichtungen betrifft, Freiräume betrifft, all das, was wir als selbstverständlich an einer Stadt ansehen. Und was sind die gewünschten Nutzer, Akteurs und Bauherrenstrukturen, die hier zum Einsatz kommen können? Zweites Thema, das Forum 2, das Entwickeln im Bestand. Wir werden nicht davon ausgehen können, dass all das, was neu gebaut wird, irgendwo am Rand der Stadt, auf alten Flughäfen oder sonst irgendwo entsteht, dann einiges von dem wird auch in den Bestand der Stadt mit hineingehen. Es gibt viele Untersuchungen, die belegen, aus verschiedensten Aspekten, dass die Anforderungen des leistbaren Wohnens am ehesten im Bestand gedeckt werden können. Also auch hier müssten wir über Weiterentwicklungsmodelle diskutieren, auch hier müssten wir darüber reden, nicht nur baulich nachzuverdichten, sondern auch nutzungsstrukturell nachzuverdichten. Auch hier müssten wir jene Siedlungen in den Blick nehmen, die in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut wurden, mit der Möglichkeit, sie eben auf neue Anforderungen der inklusiven Stadt mit vorzubereiten. Noch dazu einige Fragen. Welche planerischen und städtebaulichen Ansätze sehen Sie in der Entwicklung, in der Verdichtung, Nutzung strukturell baulich von solchen Bestandsquartieren? Wie lässt sich der Anspruch der doppelten Innenentwicklung, also nicht nur baulich zu entwickeln, sondern auch Freiraum zu entwickeln in diesen Bereichen, wie lässt sich dieser Anspruch mit realisieren? Was kann getan werden, um das nachbarschaftliche Miteinander bei baulichen Veränderungen im Bestand weiter zu befördern? Und wer muss was wann tun? Also immer die Frage der Akteure, die auch hier eine wichtige Rolle spielt. Dritte Gruppe, inklusives Wohnen leistbar machen. Ich habe das eingangs schon mehrfach gesagt. Der deregulierte Immobilienmarkt hat die aktuelle Wohnungsknappheit nicht nur nicht verhindert, er hat ihn sogar verschärft. Es werden ständig Wohnungen gebaut, aber nicht in einem Segment, die wir durch dem leistbaren Wohnen zurechnen müssen, sondern es werden Wohnungen gebaut im hochpreisigen Segment, weil sie die höchste Rendite versprechen. Das ist das Geschäft auch von privaten Investoren. Deshalb machen wir das Plädoyer. Wir müssen wiederum die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften zurückbringen in das Handeln. Wir müssen sie befähigen und ausstatten mit Finanzen, wieder tätig zu werden, auch im Kontext des leistbaren Wohnens. Staat und Kommune müssen das Heft wieder in die Hand nehmen. Das bedeutet eben, dass die Wohnungsfrage nicht mehr nur durch den Markt, sondern nur durch kommunale, staatliche und auch zivilgesellschaftliche Verantwortung löstbar sein wird. Das bedeutet, Boden- und steuerrechtliche Instrumente, Baulandsteuer, neue Finanzierungsinstrumente, Bodenbevorratungspolitik, um die Spekulation mit Bauland auch wirksam zu unterbinden. Auch hier wiederum einige Fragen, die ich in die Gruppe mit hineingeben möchte, wie, wer muss und wer kann welchen Beitrag zur Sicherung der dauerhaften Leistbarkeit von Wohnen leisten, wer sind die richtigen Partner dieser Entwicklung, wenn es nicht nur private oder nicht private Investoren mit sein können. Was sind Anreize und Vorgaben für private Investoren und wie kann man ihnen ähnlich wie Zuckerbrot und Peitsche auch Anstöße geben, dass sie etwas leisten für die Gesellschaft insgesamt, dass sie Beiträge leisten, auch für den sozialen Wohnungsbau, dass sie Beiträge leisten für die Entwicklung der benötigten Infrastrukturen, auch im Bereich Bildung, soziale Infrastrukturen sei dahingestellt. Was braucht es an ergänzenden Maßnahmen und Strategien, um diese entsprechend zu sichern? Ich habe eben den Aspekt der Mobilität angesprochen, deren Kosten immer weiter steigen. Auch da müssen wir ansetzen und auch die Mobilitätskosten entsprechend mit in die Überlegungen einbeziehen und die vierte Frage gilt der Mietpolitik. Auch hier ist sicherlich Handlungsbedarf gegeben. Viertens oder das vierte Themenforum. Wohnungsbau in der wachsenden Stadt benötigt Flächen, Punkt eins. Punkt zwei, fehlen die Flächen, steigt der Druck auf den Markt und steigen die Bodenpreise. Eine Mietpreisbremse allein ist wirkungslos, wenn sie nicht die wesentlichen Veranlasser dieser Entwicklung der Preisstreigerung, nämlich die Bodenpreisstreigerung zum Thema macht. Also auch hier wiederum sind wir bei der Bodenpolitik angekommen. Es geht darum, Flächenpotenziale in der Stadt zu vertretbaren Preisen zu aktivieren. Und das bedeutet, dass wir darüber diskutieren müssen, die Stadt wieder in die Ankaufspolitik von Flächen hineinzubringen. Wir müssen darüber debattieren, dass wir auch bodenpolitische Grundsatzbeschlüsse benötigen, um Ankaufspolitik zielführend für den Wohnungsbau, für das leistbare Wohnen entsprechend an den Start zu bringen. Es ist der Schlüssel, den wir, glaube ich, haben, weshalb auch der Wiener Wohnungsbau so gut funktioniert, weil man Flächen entsprechend ankauft. Und hier wiederum die Fragen, die ich auflisten möchte, wann und wo kann ausreichend Baulandwohnbarfläche zu vertretbaren Preisen aktiviert werden, wer kann wie, für wen ausreichend bezahlbaren Wohnraum schaffen, welche Rolle spielen Genossenschaften, kommunale, landeseigene Wohnungsbaugesellschaften und welche auch Baugruppen, die sicherlich mit an den Start gehen werden. Und welche Beiträge kann die Boden- und Liegenschaftspolitik für Lebenswerte, für inklusive Quartiere leisten. Das sind vier Gruppen, die wir haben. Diese vier Gruppen werden jetzt hier im Gebäude alle laufen, sie werden sich gleich dort verteilen können, zuordnen können, sie können sich durch den Raum bewegen. Ich will Sie noch ganz kurz mit der letzten Folie nochmals konfrontieren, jener Mut zur Stadt zu zeigen. Und Mut zur Stadt heißt mehrerlei. Mut zur Stadt adressiert an politische Entscheidungsträger heißt auch, Entscheidungen zu treffen. Wir wissen, dass die Diskussion um neue Standorte eine ist, die nicht konfliktfrei verläuft. Wir wissen, dass hier Kontroversen geführt werden, dass Ängste im Raum sind, dass Vorbehalte gegen Projekte entscheiden. Wir müssen diese Vorbehalte und die Diskussion führen, auf einer sehr offenen und sehr frühzeitigen Ebene, aber am Ende muss es Entscheidungen geben, die von jenen getroffen werden müssen, die dafür entsprechend gewählt sind. Also Mut zur Stadt heißt Mut, solche Entscheidungen treffen zu müssen, gerade in der wachsenen Stadt. Mut zur Stadt an die Gesellschaft gerichtet, heißt auch, sich auf solche Prozesse einzulassen, heißt auch, sich konstruktiv, kritisch in Diskussionen einzubringen, heißt aber auch, die Parole Nordenberg-Weckyard mal beiseite zu lassen. Wir brauchen Standorte und auch hier, glaube ich, geht es nur, wenn wir da alle an einem Strick ziehen. Mut zur Stadt heißt Mut zur Stadt als Ort der verdichteten Unterschiedlichkeit, wie Walter Siebel das zum Ausdruck gemacht hat. Stadt heißt auch Kontroverse, Stadt heißt auch Konflikte auszutragen, Stadt heißt auch Vielfalt zu akzeptieren und mit Vielfalt zu arbeiten und das braucht es auch und wenn wir von Mut zur Stadt reden, heißt das nichts anderes, als dass wir auch immer wieder uns auf diese Debatte einlassen müssen, Entscheidungen treffen müssen, auch wenn sie gelegentlich wehtun. Damit will ich es jetzt belassen. Ich möchte jetzt überleiten in die Gruppen in das nächste Thema. Wir haben diese vier Fokusgruppen eingerichtet, die ich gerade ganz kurz erwähnt habe. Die Fokusgruppe 1 neue Quartiere bauen, Fokusgruppe 2 im Bestand verdichten, Fokusgruppe 3 Wohnen leistbar machen und Fokusgruppe 4 Flächen aktivieren. Es ist Ihnen freigestellt, wo Sie hingehen, Sie können Sie bewegen von einer Fokusgruppe in die andere, Sie können Dinge hinterlassen, es wird notiert, aufgeschrieben, es sind Mitarbeiter doch jeweils präsent, die Hilfestellungen geben bei allen Fragen, die auftauchen. Und wo die Fokusgruppen sind, sehen Sie auf diesem Plan, Sie haben so kleine grüne Zettel, Laufzettel auf ihren Sesseln liegen gehabt, die hinten stehen, haben keinen Sessel, damit keine grünen Laufzettel. Deshalb sage ich es Ihnen noch mal ganz kurz, im ersten Obergeschoss wird die Gruppe Forum 4 agieren. Forum 4 ist eben jene, die Flächen aktivieren möchte. Hier, das ist das erste Obergeschoss auf der Ebene, wo wir uns gerade befinden. In das nächste Obergeschoss, Sie haben hier eine Stiege, eine Treppe und Sie haben drüben einen Aufzug, Sie können sich entscheiden, wie lang die Schlange ist am Aufzug und wie gut Ihre Beine und Knie noch tragen. Im nächsten Obergeschoss ist nicht nur die Bar, die dort eben am Ende aufgebaut wird, sondern hier geht es auch, nein, eine höher, sorry, hier ist die Bar, also in der Gruppe, da ist nur die Bar in dieser Etage und die Toilette, genau, die ist drüben. Im vierten Obergeschoss Forum 2 im Bestand verdichten und im fünften Obergeschoss neue Quartiere bauen. Wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit, in den Gruppen zu arbeiten, dann tragen wir all das wieder hier zusammen. Ich entlasse Sie jetzt in die Arbeitsgruppen hinein. Danke erstmal. Applaus Vielen Dank.